Ja, wie heißt denn der Spieler? Mario Kart 8! Ganz einfach... Ohne einenuleswater! Okay! Herzlich Willkommen bei Mario Kart 8 Unendlichkeit! Also 8 und dann so ein Unendlichkeitszeichen Das wäre auch geil! Und Patti darfst du nochmal machen für WIIIIIIUUUU底! Mit Charlie! Ben! Steffen! Und keiner von uns ist... 5-Stick-Games! 5-Stick-Games! Aber natürlich, ihr wisst es ja, ich bin Charlie... Ich bin Steffen! Ich bin voll der krasse Todmann! Dann bist du Patrick! Du bist leider Peach! Wo bleibt Patrick? Und zusammen machen wir ein Kaffeekränzchen im Schloss! Genau! Und lassen Peach mal wieder entführen! Eher ein nettes Rennen beim Sternenkapp! Und ja, ich würd sagen, fangen wir einfach mal an! Es hat sich so an sich jetzt nichts, glaub ich, groß geändert, außer dass ich ein anderes Bike genommen hab! Vielleicht fährt sich's besser! Ich hab auch ein anderes Bike genommen! Ich hab alles gelassen! Ich spiel am liebsten mit dem Pro Controller, muss ich zugeben! Echt? Ja! Keine Ahnung, ich weiß nur, ich hab letztens gern mit dem Nonshaku gespielt! Aber mal sehen! Und hier seht ihr schonmal MW 2 Terminal? Ja, ich spiel gern mit der Waffe! Call of Duty Modern Warfare 2 Terminal! Ja, so in etwa! Das ist fast eins zu eins, das ist wirklich krass! Echt? Keine Ahnung! Ja, es ist Modern Warfare, also Call of Duty ist halt... Boom, boom, schieß, schieß! Boom, boom, ich kenn Call of Duty! Boom, 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 boom! Was klar! Wir haben nur drüber geredet! Und wieder kann ich nicht fahren! Eine 7! Eine 7! Gib mir eine 7! Acht! Acht! Natürlich! Natürlich! Warum eine 7? Natürlich, weil ich nicht fahren kann! Eine 7 gibt's hier nicht! Eben! Hier gibt's noch eine magische 8! Los! Los Peach! Du meinst doch dieses Item, womit du halt Dingens halt alles hast! Nee, ich meinte eigentlich tatsächlich die Nummer! Jaja! Nein! Der hat den 7 Platz meinst du! Genau! Ach, der 7 Platz? Nein, nicht schon wieder! Der hat eine 7! Äh? Ich bin runtergefallen, obwohl ich gesprungen bin? Hm? Ja! Wie geht das? Das ist mir nämlich auch passiert! Der hat nämlich, warum auch immer, das so angenommen, als wenn ich meine Wiimote nach vorne halte, so dass der direkt nach unten fliegt! So bin ich vorhin auch ins Wasser geflogen! Interessant! Ja! Finde ich auch! We're in my room! We're in my room! We're in my room! Haha! Boom, 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 boom! We're in my room! Hey, boom! Peach! Was soll das? Was soll das? Together in my room!... Überlege gerade ob ich euch erschieße, oder ob ich euch einfach anders zum schweigen bringe. Weißt, weißt du wann du mich erschießen würdest? Ben 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 Ben! Insider Leute! Okay alles klar! Nee okay! Ben Ben Ben! Zu spät Schatz! sie sind schon ich bleibe die sieben verdoppelt bisher hat sich noch keiner darüber bestellt doch es hat einer mal generell gesagt wird auf zu singen aber das war bei nein in die kommentare interessiert mich trotzdem noch aber es ist halt nicht schon ernst aber er hat schon wieder ein blitz da ist nicht der blitz warte, jetzt wirst du der blitz oh man oh man 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 in die man ne nicht ganz man wenn wir beide u machen bringt das nichts er muss weiter man machen nein 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 komm schon komm schon oh waaaaaas das war ja nicht zufällig hier oder so nein oh was roi du arsch komm der wird sich wohl rechts reingefahren ich bin niemand von euch außer tot 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 der sieht aber nicht aus wie man unter wasser fahren kann ist mir auch ein rätsel physik natürlich man kennt das doch dass sämtliche leute in mario den sauerstoff aus dem wasser extrahieren können wie so ein fisch der toad hat zu früh gestartet bist du zu früh gekommen ist zu früh gekommen das ist mir jetzt gesagt ich bin er das war ein roter ich weiß schon gar nicht mehr wie das hier war ja ich hatte gerade die strecke kennst du nicht das sind alles neue strecken genau da hast du schon mal bei wem gespielt sonst außer bei uns oh gott der boomerang war gerade böse der boomerang dieser band schon wieder und dieser tod was denn und immer hat ihn auf mir auf den kleinen rumzuhacken obwohl er schon klein ist ich sehe nicht ich sehe gar nicht ich sehe auch nicht ich hasse nein der hat grüne abgeschossen sich selbst getroffen und dann hat seine dritte grüne mich noch das hätte auch ich sein können ich hatte auch gerade drei grüne du bist du bist nicht der erste gewesen also das war ludwig definitiv alter ich war so schön und wer ist der nutznießer aus dem ganzen der blöde tod natürlich was ist denn hier blöd auch so ein pilz hat seine gefühle es ist mir egal ein blödes aber trotzdem selbst wenn er gefühle hat ein pilz hat keine gefühle niemals er hat zählen hat dieses vieh von mir aber auch überhaupt nicht getroffen ich mag diese springe über das wasser nicht also was du bist du joshii oder bist du muhichi ne du bist joshii sonne ist aber gelb wir haben alle grünen das ist der sonne joshii keiner von uns das ist so ein kleiner leuchtender ich auch ich verstehe es nicht das war joshii danke irgendwer hat ihn gerade zerstört irgendwer hat joshii vernichtet er ist vor meinen augen einfach explodiert du sollst keine wahl hier ich bin im wasser runter gefallen wie geht das wie ist das möglich wie geht das wie geht das was sagt der scouter über sein powerlevel es ist über 8000 das ist ja schon wieder durchgebohrt oh schweißer jetzt schaff ich hier gar nicht mehr oh guck mal ich hab die 8 erwischt geil ist das nervig wegen meiner eigenen banane glaube ich gehabt komm ach das kenn ich Mensch ist da leih vorne nein nein was macht der denn nein nicht schon wieder nein ja naja sieben immerhin wieder die sieben das ist auf den neunten noch gerutscht schon wieder wegen der rakete willst du mich verarschen sag mir nicht das war der kack roy die rakete das war larry äh morten meine ich ich war die rakete ne ne du warst das nicht du bist vor mir du bist vor mir ich bin gerade wollte gerade über die ziellinie hinter dir und dann kommt noch in der letzten sekunde so ne scheiß rakete an mir vorbeigezogen das erinnert mich damals an N64 mit der eisenbahnstrecke oh ja oh ja die eisenbahnstrecke bam einmal über die sprungschanze äh brauchen wir ein foto für das ich hab's auch geschafft ich hab bestimmt die halbe strecke aufgeholt oder so war das in der das war aber nicht in der aufnahme oder nein nein leider nicht leider nicht du was ist das echt ist der disco funk alter der disco drogen disco disco drogen obwohl das geht und 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 wir sind die schlimmsten die mit boxer aller zeiten aber wir sind beatbox ne was was wir starten durch als beatboxer Ja, sowieso. Aus Weg. Aus was? Aus wem? Aus was? Aus Weg. Aus wo? Aus Weg. Aus Weg? Aus Weg? Aus Weg? Ich wollte gerade sagen, gibt es aus Weg? Jetzt muss ich mich hier wieder aufpassen mit dem... Ich mag die Strecke, weil diese Musik... Ah, danke für den Boost. Von der Musik hat man jetzt nicht ganz so viel. Von der Musik hat man nicht. Oh, gegengefahren. Kommen, wa? Danke für den Boost. Was ist das? Boost, 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 Boost. Boost. Oh, jetzt bin ich schon wieder hingeheben hier. Wenn ein Ill-Eye hust. Komm schon, Piet, komm schon, Piet. Wolltest du das gerade, Bowser? Ja. Schön, dass du in die Wand gerannt bist. Keine Ahnung. Sehr sozial von dir. Ja, ich weiß. Mach mir die Sie, Alter. Damit ich dir wieder eine überbraten Kampfpartie. Komm schon, 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 komm schon. Ich gebe dich nicht auf, nein, ich tue nichts. Never gonna give you up. Warum bist du jetzt schon wieder vor mir? Ach, warst du hinter mir? Wäre ich? Ja. Ja, weil ich einfach schneller bin, wenn ich in der Luft bin. Alter, ich muss euch einholen. Ganz ehrlich sein. Das kann aber nicht sein, du bist fett. Das kann nicht sein. Ich bin nicht fett, ich komme einfach. Und der hat wohl auch ein Kampfkoloss. Kampfkoloss. Ah, habt ihr das gesehen? Sie ist schon wieder nicht gebogen. Nee, ich habe leider zu viel Konzentration aufbrauch für meinen eigenen Bildschirm. Ich weiß, das ergibt kein Deutsch, aber das ist mir vollkommen egal. Fahr ordentlich. Alter, du bist gerade vor mir, Charlie. Fahr ordentlich, Piet. Komm, Kitsch, nicht gegen die Wand. Pigi ist gerade nicht. Oh yeah. Wie kann es sein? Jetzt bin ich schon wieder hinten. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Willst du das analysieren? Beschleunige doch mal, mein Schätzchen. Von 0 auf 100. Was hat mich jetzt getroffen? War das denn eine hässliche Piranha-Pflanze? Ja, es war so eine hässliche Piranha-Pflanze. Piranha? Los, Kitsch. Das ist die Piranha, da gibt es noch die Post-Ranha und die Mittel-Ranha. Sei meine Hähne. Meridien und die Post-Meridien und Piranha-Pflanze. Sei mein Blümchen, sei mein Stämchen, mach mich happy. Überhol den Penner vor dir. Bitte. Bin nicht der Penner vor dir, ich bin der Penner vor dir. Hast du schon wieder nicht abgebogen? Ja, meiner macht sich auch ziemlich schwer damit. Was? Ja, die Kurven sind echt irgendwie seltsam. Peach. Da kommt was hinter mir. Der Ekeltod, der ist natürlich vorne. Was, der Ekeltod? Ich wusste gar nicht, dass es einen Ekeltod gibt. Doch, der sitzt links neben dir. Achso. Ja, ein bisschen. Ihr seid die guten Tods und der ist der böse Tod. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ja, jede gute Seite hat immer eine böse Seite. Los, Peach. Wie kannst du schon wieder 10 sein? Weil du gerade kurz vor mir warst und ich hatte drei Pilze. Ja, ich hab's noch nie untergebracht. Jawohl. Oh, jetzt hänge ich erst mit dem Treten. Ist das echt euer Ernst? So ein bisschen. Ich bin auch nur neunter. Aber wir sind nah dabei. Du warst nicht dran. Niemals lassen uns nicht. Nein. Niemals. Und du hast von uns vier nicht die wenigsten Punkte. Ja, das stimmt. Oh, wow. Wie hab ich das denn gemacht? It's magic. Woo, field all the time. Ich versteh mal Baby Number One. Ich versteh mal Be the Number One. Ach ja, genau. Baby Number One, genau. Das ist mein Baby Nummer Eins. Ja, war die erste Nummer Eins. Das sind Nummer Zwei, Drei und Sieben. Was ist mit den anderen passiert? Ach, soll ich nicht drüber reden. Außerdem, Namen sind übergewertet. Richtig. Nummer Fünf lebt. Wario Abfahrt. Wario, Wario ist Nummer One. Einer der wenigen Strengen, wo es keine Rundgartenzeit gibt, sondern Abschmuten. Echt? Ja, nein. So ein Mist. Ich liebe es. Two, one, let's go. Bowser ist zwar langsam am Start, aber der hat einen versanken Dissuskern. Wo ist Toad? Ich hab's auf Toad angesehen. Wenn man es natürlich nicht schafft, das einzuhalten, dann... Oh Gott, diese Schneelandschaften. Ja. Mit dem Bike bin ich hier wohl schlecht dran. So eine Kackpür an ihr Pflanze. Und dann wurde ich gerade auch noch abgewogen. Gern geschehen. Alter, Alter. Boah. Hallo. Alter. Hallo. Ach, nicht schon wieder Ludwig. Ludwig, die Sauber. Der kann mir mal meinen Ludwig knutschen. Der kann mir mal einen Ludwig knutschen. Ich will nicht wie Zehn sein. Mach was dagegen. Ich will nicht wie Zehn sein. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht wie Zehn sein. Das muss ich schon nicht schütteln. Mach, leg da mal ein Tempo zu. Leck doch mal ein Tempo zu. Mach doch mal. Schneller. Schneller, Riech. Ich will ja eigentlich nicht mehr fahren. Da leckt jemand am Tempo zu. Ich meinte ihn nicht. Am Tempo zu? Da leckt jemand am Tempo zu. Geht diese Strecke überhaupt nicht. Zweck oder letzter geworden. Keiner von uns kennt die Strecke, glaube ich. Genau, ein Tempo, weil ich möchte am Zug lecken. Wir mögen es auch noch was anderes. Hat der nix? So will mal 20. Oh, du hast die Tetanus eingefangen. Was zum Fleisch ist das denn? Na ja, Fleisch. Wo kommt denn dieses dicke Cooper-Panzer-Scheiß-Stachelfieh wieder her? Ganz einfach, hinter dir. Wo ist der im Arsch gekommen? Ja, genau. Weil er scheiße ist. Peach, Alter, wenn du nicht sofort schneller wirst. Also, dass ich bisher noch gegen keinen Baum gefahren bin, ist auch glaube ich okay. Dann fick ich dir in den Arsch oder so. Das kannst du gar nicht. Aber ist schön. Erst zum zweiten einmal gegen den Baum füllen. Peach kann aber auch gar nichts. Fährt gegen Bäume. Ich sollte vielleicht zwischenzeitlich sagen, vielleicht sind diese Videos nicht ganz jugendfrei. Äh, wirklich? So ein bisschen. Nein, ach klar. Was man irgendwie sieht an so, keine Ahnung, an so Titeln. Ja, an so auch so Video-Titeln. Ich wollte gerade Film-Titel sagen, wie Riesen-Doppen-Titel oder sowas. Wie Riesen-Doppen-Titel? Oh, diese... Krrrrr. Irgendein 1.5-Kontroller ist ausgegangen. Drück A. Werbeunterbrechung. Drück A. Kauft euch trinken. Jetzt und geht weiter. Wunderschön, das war es. Es tut uns natürlich leid, diese Unterbrechung. Irgendwie ist Bens Controller gerade ausgegangen. Er hat auch nur noch ein Stück. Siehste, selbst einen Controller kann ich nicht leiden. Das ist schön für meinen Kunden. Wenn du da... Wer war das denn jetzt? Ich bin schon letzter. Ich brauch sowas nicht mehr. Ja, okay. Mein Controller ist schon wieder aus. Ist die Batterie leer? Scheint so. Okay, aber für die paar Meter... Schaffen wir es noch? Kriegen wir es noch? Nein! Ist bloß doof, weil mich jetzt genau jemand... Ach, Baby Bitch wollte mir gerade... Wie du mich überholt hast du, Alter, Penner? Ja, 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 wenigstens den noch einmal. Ja, einmal darfst du. Wenigstens Larry habe ich noch überholt. Mann, ich bin jetzt der Zwölfte, ey. Warte mal schön auf mich, ja? Ja, der Kaffee wird kalt. Ja, ha, ha. Hab's auch heute nicht mal geschafft. Ha, weil wir in der Eislandschaft sind. Eiscafé. Ähm. Hu, Peach, Alter. Peach hat mich enttäuscht. Verdammter Ludwig. Du bist sowas von unten durch. Verdammter Yoshi. Oh nö, Ben hat mich noch überholt von dem... Ja, aber... Sowas von unten durch. Oh Mann, ey. Danke fürs Vorlassungsjag. Ich weiß es, Ben. Ich hab gar nichts damit zu tun. Ist Ben jetzt tot? Okay, gut. Tod ist immer noch das Schlimmste. Alles klar, aber es hat trotzdem keiner von uns die die Besten drei geschafft. Ich weiß gar nicht, wie man mich indokriminiert. Das ist schrecklich. Ben kriegt immer nur die Hälfte ab und ich kriege immer alles ab. Nur der Toad kriegt's ab, nicht du. Ich glaub, die wünschen mir alle den Toad. Aber ich dachte, ich bin das Mocking-Opfer. Jetzt Bowser, nur manchmal. Richtig mal Halleokat. Dieser Bowser ist ja auch herzlichen. So, hier erstmal ein paar Highlights aus. Dem Rennen vielleicht sieht man mich diesmal. Nein, natürlich nicht. Immer wird die Frau gezeigt. Wie sie wunderschön viel davon gekriegt. Dann gleich Bowser und dann nochmal Peach. Wuhu, ich hab Pilz eingesetzt. Lecker Pilz? Nein. Jawoll. Gerechtigkeit. Oh, die selzliche Daisy. Was geht um die Rakete? Natürlich. Toad, ey. Dieser Toad. Mach er gut. Schwer, dieser Toad. Oh, eiskalt. Eiskalt. 1, 4, 4, 4. Ja, das ist schwierig. Der erfreut sich auch noch an Schaden anderer. Immer. Unglaublich. Ha! Ha! Sorry, guys. Das bist nicht du diesmal. Nee. Not? Doch. Ich glaub ich... Da stand die drei gerade wieder. Ja, Schade. Aber hier habt ihr noch mal die Punkte für diese Runde. Ja, Fahrzeugteil. Uns doch egal. Nein, stimmt gar nicht. Das war's wieder. Okay, uns nicht egal. Aber... Das war's mit dieser Folge von Let's Play Mario Kart 8. Für... Wui! Juuu! Ben wollte gerade ansitzen. Lass ihn doch auch mal. Nein. Aber dann stockte der Atem. Und wir bedanken uns... Der Körper bebt. Herzlich... Seine Stürze. Von ganzem Herzen. Seine Augen öffneten sich. Und ich frau' ich... Von diesem Auftrag... Tschüss, bis dann, Leute. Tschüss, bis dann. Auf Wiedersehen. Wir sind fünf Stück Games und... Ja. Macht's gut. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Ja, es hört aber auf... Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Ich hab das letzte Wort. Bist du jetzt mein Echo, oder was? Echo. Ich kann nicht rausschneiden, das weißt du schon, ne? Ja, ich weiß. Tschüss, bis dann. Tschüss. 依�et тут nicht. Bis dann. Bedroom 4 Watt liegt unschneiden, das wir unschneiden. Das ist spannend, wenn man sich so, wenn man sich de Three aufreg t� pyramidie Corona Schritte, vor Ort zast correr